Darf ich deine Augen? Haben Sie den Vater denn überhaupt nicht geliebt? Doch. Ganz los. Wer trägt eigentlich die Schuld an, dem was geschah? Mein Vater? Oder meine Mutter? Es sollte meine eigene Schuld sein? Ich habe nichts Eigenes. Ich habe keinen Gedanken, den ich nicht vor meinem Vater, keine Passion, die ich nicht vor meiner Mutter hätte. Und vor meinem Verlobten habe ich dieses Märchen von der Gleichheit aller Menschen. Das ist ein Arschloch. Und die Schuld auf Jesus am Felsen. Tut mir leid, dazu bin ich zu stolz. Okay. Okay. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020